Wie nutzen Sie nun die Mindmaps am effektivsten, wenn Sie sich auf die Fachsprachenprüfung vorbereiten? Natürlich brauchen Sie eine sehr gute Terminologie und auch ein gewisses grundlegendes Fachwissen, um die Fachbegriffe richtig anzuwenden, definieren zu können und so weiter. Also es geht nicht ganz ohne Fachwissen. Jetzt ist das Problem, dass man häufig zu viel lernt. Und wenn Sie irgendwelche Lehrbücher verwenden, dann haben Sie ganz leicht zu viel Inhalt, den Sie eigentlich für eine FSP gar nicht brauchen. Und dann hilft Ihnen die Farbcodierung in den Mindmaps. Grundsätzlich finden Sie hier zwei wichtige Farbtöne. Sie finden das Blaue und Sie finden das Grüne. Grün ist immer die Allgemeinsprache, also die Sprache für die Patienten sozusagen, die Nicht-Experten und die Fachsprache ist immer in Blautönen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal reingehen in diese Frage, ja, welche Appendizitis-Zeichen kennen Sie denn zum Beispiel? Dann muss das bei Diagnostik natürlich sein. Und jetzt gibt es hier einige Dinge, da sehen Sie jetzt so ein Blau-Grau. Das wäre also eher Kenntnisprüfungs- und Examensniveau. Und dieser Blauton, das ist also, was Sie lernen. Und nur das. Ja, Sie sehen also hier ganz eindeutig eine Abstufung der Prioritäten. Hier noch eine besondere Farbe für sprachliche Hervorhebungen, die für die Nicht-Muttersprachler wie Sie relevant sind. Das heißt, Sie können hier sehr fein abgrenzen, wo Sie aufhören dürfen zu lernen. Genauso bei der Therapie. Natürlich müssen Sie den Begriff Appendektomie kennen. Aber Sie müssen die klinische Entscheidungsfindung, was ist denn jetzt die richtige Therapie, das müssen Sie nicht können. Aber natürlich müssen Sie grundsätzlich den Begriff der laparoskopischen Appendektomie inklusive Aufklärung und so weiter, das sollten Sie können. Und diese Abgrenzung finden Sie also hier. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, wie das hier in der Symbolerklärung aussieht. Also für Sie, für die FSP wichtig, denn Sie sind ja FSP, ist das Himmelblau. Das gilt übrigens auch für andere ärztliche Heilberufe. Und ist auch enthalten in Kenntnisprüfungen und so weiter natürlich. Wenn Sie für die Kenntnisprüfung lernen, müssen Sie die blauen Inhalte auch lernen. Aber wenn Sie für die Kenntnisprüfung lernen, lernen Sie zusätzlich noch diese Farbe. Also für die FSP ist dieses Blau für Sie entscheidend bei der Fachsprache. Und hier gilt auch diese Abstufung. Extrem wichtig mit rotem Ausrufezeichen. Sehr wichtig alles in dieser dicken Schriftstärke. Alles, was weniger wichtig ist, aber vielleicht noch irgendwie relevant ist für Sie in der FSP, ist so gestaltet. Alles in Klammern. Das sind wahrscheinlich eher Dinge, die Sie vermeiden sollen. Die Erklärung finden Sie dann in den Mindmaps. Und natürlich gilt für die FSP auch, ganz wichtig, die Allgemeinsprache. Hier grün, das sind Dinge, die Sie als Erste sagen zu den Patienten. Und dieses hellgrün ist die Farbe der Patientensprache. Das zu den Prioritäten. Auf diese Weise sparen Sie eine Menge Zeit und lernen für die FSP nicht zu viel und nicht zu wenig.